Musik Und passend zum Thema, jetzt hier zum Schluss noch von Rainer Günther, ein Gedicht von Wolfgang Borchardt. Danke Dirk. Ja, ich möchte euch ein Gedicht vortragen von Wolfgang Borchardt, das hat er 1947 geschrieben, ganz, ganz kurz vor seinem Tod. Ich habe das etwas gekürzt, ich möchte euch nicht mehr allzu lange quälen und ich möchte euch um eure verbale Unterstützung bitten an bestimmten Stellen, das kriegt ihr ganz schnell raus, was ich damit meine. Ich habe übrigens nicht so eine fantastische Vita wie hier der Martin und ich habe ein abgebrochenes Psychologiestudium und drei abgeschlossene Kinder. So, los geht's. Das Gedicht heißt, dann gibt es nur eins. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelder und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Sag, nein. Du, Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Kapitän auf dem Dampfer, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Schneider auf deinem Brett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniform zuschneiden, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins. Sag, nein. Du, Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine. Du, Mutter in Frisco und London. Du, am Hoang Go und am Mississippi. Du, Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo. Mütter in allen Erdteilen. Mütter in der Welt. Wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten. Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt, nein. Mütter, sagt, nein. Denn wenn ihr nicht nein sagt, wenn ihr nicht nein sagt, Mütter, dann, dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge, antwortlos und einsam unter der giftigen, glühenden Sonne und unter wankenden Gestirn umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte, der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend und seine furchtbare Klage, warum, wird umgehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, Versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlarven fallen, ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch. All dieses wird eintreffen. Morgen? Morgen vielleicht. Vielleicht heute Nacht schon. Vielleicht heute Nacht. Wenn, wenn, wenn ihr nicht Nein sagt. Danke für jeden, der Nein sagt. Ja, vielen Dank, Rainer. Dann gehen wir weiter. Ja, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020